Hallo Freunde, das läuft, was geht? Gern mit Joey ist zurück, eine neue Folge. Wir sind mal wieder im 7Science-Kazine, ich habe eine Balance von 29.500 Euro. Heute geht es in eine Runde Bonus Buys in Hot Potato, 2.000 Euro. Ihr wird nur auf Maximaleinsatz jetzt geholt. Let's go, wir gehen rein. Ich habe Bock, ich hoffe ihr auch. Schön, dass ihr dabei seid. Abfahrt Hot Potato, 2.000 Euro Bonus Buys, 20 Euro Fachmachters. Wir gehen mal rein, gucken, was es bringt. Irgendwann damals ein Abo-Wunsch, Grüße gehen raus. Ja, wir brauchen hier natürlich Gewinne, Gewinne, Gewinne. Das sieht schon mal sehr schlecht aus, okay. Ach, Tigi. Mach Gewinne. Das ist natürlich eine Katastrophe. Ach, du Heiliger. Da kannst du nur auf Verlängerung hoffen. 2.000 Euro weg. Oder nicht? Ja, sowas brauchst du im ersten Spin. Ganz ehrlich. Oh, da oben noch irgendwas getroffen. 380 Euro Prusa-Gewinn, sagt er. Ja, 2.000 Euro ausgegeben. 398 zurückbekommen. Und ich war auf jeden Fall mega hyped. Jetzt schon wieder nicht mehr. Oh mein Gott, ey. Egal. Wir kaufen nochmal 2.000 Euro. Wir haben zum Glück genug Balance. Wir gehen rein. Let's go. Hot Potato. Wer nicht wagt, wer nichts gewinnt. Bin gespannt, ob wir das Ding heute mal ein bisschen brechen können. Ewig viel Geld haben wir ja nicht. Wir brauchen Gewinne, Gewinne, Gewinne. Gut, liefere ganz gut in der letzten Zeit. Da brauche ich mich nicht zu beschweren. Aber, wir wollen natürlich mehr. Man will immer mehr. Let's go, let's go, let's go. Oh, ja. Okay, 96 sind das nur unten. Die Gurken gut. Die Gurken. Wie sich das anhört. Einfach so ein Burgerladen hier. Oh, oh. Yes. 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 Guck, und da bin ich zurück. Gamble Joey. Alter Verwalter. So macht man das. Zack, zack. Fertig. Ja, wenn wir jetzt noch ein bisschen was holen, haben wir das Geld schon wieder easy drin. Geiles Bild. Warum nicht gleich so? Boah. Das kann schon richtig was. 3.412 Euro Spin. Sehr, sehr schön. Dreieinhalb wieder. Yes. Oh, oh. Mai 74 da oben. Juhu. Das kann jetzt noch richtig einer werden. 780. Komm, 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 komm. Oh, Mai 22. Der Base-Gewinn ist nicht hoch genug. Irgendwie, ich kann gar nicht so richtig sehen, wann wie viel ist. Oh, ja. Oh, da unten ist gut. Da unten ist gut. Oh. 1.788 noch mal. 6.400. Jawohl. Und da unten noch ein noch bei 128er. Schönheit. 6.468 Euro sind hoch auf 32.000. Das ist doch wieder schmackhaft wie sonst was. Na ja, ich hacke ich den mal gut so durch. Nein. Sieht so aus, als wenn ich gerne schnell spiele, oder was? Nein. Ich bin ganz gechillt. Boah, das war ein übel guter Freispiel. Ich glaube, wir werden es sein lassen in dem Game, oder? Ich weiß jetzt nicht, weil sonst haben wir wieder den Gewinn jetzt weggeballert. Ach, komm, wir kaufen noch mal das Feature. Was erzähle ich? Let's go. Wir gehen rein. Abfahrt. Oh, ob das so eine clevere Idee war. Ich lehne mich noch mal zurück, Freunde. Und los geht's. Das hat so Bock gemacht. Der soll es noch mal machen. Aber der hat auch so echt heftige Basegewinne gemacht, ne? Also da waren oft die Symbole irgendwie vertreten. Das ging schon ab. Ich habe aber gar nicht gerallert, wann wie viel war. Bisschen verklatscht. Wir brauchen Gewinne, Gewinne, Gewinne. Und eine Verlängerung. Das wäre auch mal geil. Zieh uns jetzt nicht direkt den Gewinn weg. Mach ein bisschen was, wenigstens. Yo, 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 yo. Ja, 360 gut. Oh, Dosen sind auch, ja. Mal 10, 100. Ja. Aber Hauptsache Gewinne. Das ist immer wichtig. Vier Spins noch. Kann noch werden. Wir hatten gerade auch. Auf einmal. Bam, 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 bam. Das macht schon Laune auf diesen Einsätzen, ne? 594 kommen. Mach mal unten den Kopf voll. Oh, gut. 360 gut, 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 gut. Mal 40, mal 18, 320 nochmal. Da nehme ich. 716 nehme ich. Jetzt nochmal einen guten Hit und dann haben wir das Geld wieder drin. Da unten. Mal 32. Ja, jo. Mal 94 ist das sogar. Krass. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Jetzt den Kopf. Ne, reicht nicht, ne? Ach, der hat die weggepotatoed. 848, nice. 2158, ist aber gut. Boah. Ja, das Spiel will eigentlich, ne? Ist die Frage, wann der Punkt jetzt kommt. Wo es uns dann... Ach komm. Wo es uns einmal von... Vor die Lupsi knallt. 2000 Euro Bonus beißt den Hot Potato Wege nochmal rein. Let's go. Seht ihr nur hier. Abonniert nicht vergessen. Like nicht vergessen. Ich freue mich über jeden. Come on. Gut. Und einen Donuts. Ah, ne. Ach, Digga. Ich vercheck das immer, dass der die... Mit der Potato die manchmal weghaut. Okay. Come on. Es war so klar, aber ich konnte es ja nicht sein lassen. Wir gehen nochmal rein. 2000 Euro Bonus bei in Hot Potato. Gerade 26 Euro. Das hat sehr, sehr weh. Richtig ausge... Boah. Ganzen Gewinn wieder weggeknallt. War gut. Aber gut. Komm, mach jetzt nochmal einen dicken Hit. Und dann sind wir raus aus dem Game. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Boah. Gerade hat es so Bock gemacht. Aber so wie es auch Bock macht auf den Einsätzen, kann es natürlich auch wehtun, ne. Ja. Braucht mehr Gewinne. Der muss sich mal richtig aufbauen wieder. Oder Verlängerung. War auch mal krass. Gönn doch mal. 360, okay. Einmal den Kopf hier unten komplett voll, Alter. Dann würde es mal knallen. So richtig, richtig knallen. Jetzt einfach. Bam. Ja, mal 22. 440. Boah. Vorhin das Bild war halt einfach so hoch, ne. Der Bestgewinn. Wo wir 3000 Euro Bild gekriegt haben. Boah. Hier unten. Macht doch. Oh, die Köpfe jetzt. Jetzt knallt es doch. Jetzt knallt es. 40 mal 80. Ja, ich habe noch gesagt, macht da unten die Köpfe. Und er macht die. Bam. 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 3300. Geil, 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 geil. So, jetzt gerne nochmal. Ah, ist schon fast vorbei, ne. Ja, ich habe mich jetzt so gefreut, weil ich das schon wieder verknallt habe. Aber trotzdem geil. 4740 Euro, wir sind hoch auf, oh, sogar 33.000, guck. Und so hoch waren wir noch gar nicht. Ja, damit würde ich es, glaube ich, für heute sein lassen. Weil ihr seht selber, so schnell wie es hochgeht, geht es auch runter. Für heute lasse ich es gut sein. 33.000 Euro auf der URM7 Science, geil. Hat mega Bock gemacht. Falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung, weil ich es nicht Glücksspiel kann sich, man spielt bitte nur mit dem Geld, was ihr überhabt. Man hat definitiv nicht immer so viel Glück. Ich verliere auch zwischendurch ganz viel. Macht euch das immer bewusst. Genau, haut rein, macht's gut. Bis morgen, euer Gämmel Joey. Ciao.